Der Wild Wings Sport Talk, heute mit unserem Neuzugang Marius Möchel. Marius, herzlich willkommen. Hallo, servus. Du bist sozusagen der letzte Spieler, der bei den Wild Wings dieses Jahr eingecheckt hat. Wie kam es dazu Anfang Dezember? Naja, der Kontakt kam dann über meinen Agenten zustande, dass die Wild Wings eben noch einen Spieler suchen für die, sag ich mal, ja auch tief im Kader und da der Saisonstart eben kurz bevor stand und ich ja auch noch keinen Vertrag oder Verein in der DL hatte. Ja, dann kam das so zustande und hat sich dann glücklicherweise so ergeben. Du hast dich in der Oberliga zuvor fit gehalten bei den Zerberwölfen. Hatte auch, glaube ich, körperliche Gründe, dass du nach einer langen Verletzung erstmal wieder in den Rhythmus auch kommen wolltest. Ja genau, ich hatte mich Ende letzter Saison noch verletzt leider und dann war es natürlich ein langer Sommer ohne Verein und wollte dann einfach wieder auch Trainings und Spielpraxis sammeln und glücklicherweise haben mir die Zerberwölfe das ermöglicht und hatte eine gute Zeit da und konnte so meinen Rhythmus wiederfinden. Jetzt bist du seit sechs, sieben Wochen hier im Schwarzwald. Wie sind so deine ersten Eindrücke, was vor allem jetzt auch mal das Umfeld hier betrifft? Durchweg positiv, muss ich sagen. Ja, ich habe schon viel von Schwenningen gehört als Eishockeystadt und alles Mögliche und dass hier eben ja professionell in einem Umbruch gearbeitet wird und auch die Ergebnisse im Magenta Cup haben das ja schon gezeigt, dass das in die richtige Richtung geht. Und da habe ich mich extrem darauf gefreut, tight davon sein zu können. Und ja, ich muss sagen, bisher alles super und wurde gut aufgenommen. Genau. Jetzt bist du in deinem elften Jahr, glaube ich, in der Liga, wenn ich mich richtig informiert habe. Da kann man natürlich schon auch aus den Erfahrungen so ein bisschen sprechen. Was sagst du zum Team? Wie bist du aufgenommen worden, aber auch zur Qualität im Kader? Wie sind da so deine Einschätzungen aktuell? Ja, also die Qualität ist sehr gut, meiner Meinung nach. Wir haben ein hohes Tempo innerhalb der Mannschaft. Ja, im Training ziehen alle voll mit. Es spiegelt sich dann in den Spielen meistens wieder. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Das zeigt auch, dass der Charakter in der Mannschaft stimmt und dass sich alle mit dem Klub und der Stadt identifizieren und alles Mögliche dafür tun, dass wir erfolgreich sind diese Saison. Jetzt hast du zuletzt erstmalig auch als Verteidiger gespielt. Du bist gelernter Stürmer, hast viel die Center-Position begleitet. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass dieser Switch gar nicht so leicht ist. Wie war da die Umstellung für dich und wie kam es überhaupt dazu, dass du die Defensive begleitet hast? Es kam dadurch, dass Benedikt Brückner ja vielleicht ausgefallen ist und der Trainer gerne mit sieben Verteidiger spielt, um einfach diese Power auch in der Defensive das ganze Spiel über zu haben. Deswegen haben wir dann darüber gesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, weil er meint, dass ich ja das Zeug dazu hätte, dadurch, dass ich eben wie gesagt schon auch öfters Mittelstürmer gespielt habe und auch schon länger jetzt in der Liga bin und ja dann vielleicht auch mich reinfuchsen kann sozusagen. War jetzt natürlich ja nicht ganz so einfach auch dadurch, dass ich jetzt nur ein Training hatte. Aber ja, ich habe mich versucht vor dem Spiel halt mental darauf vorzubereiten, auch schon die Abläufe ein bisschen durchzugehen und ja dann das Spiel einfach zu halten. Alles klar. Und dann jetzt die Frage, du bist elf Jahre dabei, haben wir jetzt schon mehr mal als thematisiert, zum ersten Mal in der Saison ohne Zuschauer. Sicherlich eine ganz, ganz ungewohnte Sache auch für euch auf dem Eis. Wie nimmt man das so wahr im Spiel und ja, was fehlte da auch auf dem Eis als Spieler? Ja, mit das Wichtigste einfach die Fans, die Stimmung. Ja, es ist einfach nicht das Gleiche. Eishockey ohne Fans, das muss man ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh, dass wir überhaupt spielen können in der derzeitigen Situation. Das muss man natürlich auch sagen. Trotzdem sind ja, gerade bei den Spielen, wenn es jetzt mal Druckphasen gibt oder so und wir Heimspiel haben, dann würden die Fans natürlich nochmal einen zusätzlichen Push geben. Gerade hier in Schwenningen, wenn dann die Hütte voll ist, können die Fans dann eine unglaubliche Energie auch auf uns übertragen. Ja, aber das Problem haben alle Mannschaften, sage ich mal. Ja, es ist ein bisschen anders, aber wir versuchen uns da bestmöglich mit zu arrangieren und dann ja trotzdem die Siege einzufahren. Werfen wir einen Blick nochmal so ein bisschen auf das Sportliche. Es sind jetzt einige Spiele gespielt worden. Ich denke, man kann schon so eine grobe Richtung, eine grobe Tendenz erkennen. Der Punkteschnitt ist, glaube ich, bislang sehr, sehr zufriedenstellend bzw. sehr, sehr gut. Aber was sind so die Dinge aus seiner Sicht, die vielleicht sogar noch verbessert werden können und wo, sagst du, das geht auf alle Fälle schon in die Richtung, die man braucht, um hier auch in dieser schweren Gruppe Süd sportlich mithalten zu können? Ja, man kann sich immer verbessern, sag ich mal, am Laufe einer Saison. Ja, wir haben schon gezeigt, dass wir schnelles Umschalt-Eishockey spielen können und damit dem Gegner auch wehtun können. Klar war der Saisonstart jetzt so gesehen gut, aber ich glaube, das zeichnet auch die Mannschaft aus, dass sie nicht komplett zufrieden ist. Auch gerade jetzt mit den knappen Niederlagen, dass wir da auf jeden Fall ja den Umschwung wieder sofort hinkriegen möchten. Ja, dazu müssen wir einfach noch konsequenter vielleicht in der eigenen Zone spielen und ja, den Puck wie schnellstmöglich ins offensive Dritte kriegen und dann die Scheiben aufs Tor. Ja, aber das sind viele Kleinigkeiten, die man immer wieder verbessern kann. Aber ja, die Mannschaft ist lernwillig und ja, hat einen guten Zusammenhalt, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, ich bin da guter Dinge, dass wir da ja weiterhin eine gute Saison spielen können. Dann blicken wir noch zum Schluss voraus auf unser nächstes Spiel hier zu Hause gegen die Nürnberg-Eistigers. Für dich bekanntermaßen, du bist in Nürnberg eishockey-technisch ja groß geworden, sicherlich kein Spiel wie jedes andere. Aber was können wir denn erwarten, sowohl vom Gegner und worauf wird es auf Seiten der Wildlings ankommen, um dann auch eine gute Performance hier aufs Eis zu legen? Ja, auf den Gegner muss ich sagen, dass die jetzt gerade in den letzten Spielen sich besser präsentiert haben als am Anfang. Ich denke, dass sie auch relativ tief Mannschaft haben und ja noch ein, zwei Spieler zubekommen haben, guten Torwart hinten drin. Deswegen wird es keine leichte Aufgabe, auf keinen Fall. Das ist aber jedes Spiel so. Wir müssen uns einfach auf unsere Stärke konzentrieren, wieder volles Power-Eishockey-Spielen, den Gegner ständig unter Druck setzen, gar keine Chance zur Entfaltung kommen zu lassen. Und dann bin ich ja guten Mutes, dass wir die drei Punkte hier behalten werden. Dann danke ich dir, Marius, für deine Zeit, für dieses angenehme Gespräch und wünsche dir natürlich hier eine möglichst angenehme und erfolgreiche Zeit, dass du gesund bleibst und dass wir mit den Wildlings noch eine lange Saison hier in Schwenningen haben werden. Vielen Dank, danke. Und euch danke fürs Zuschauen. Das war der Wildlings-Sport-Talk mit Marius Möchel. Bis zum nächsten Mal.